Moin meine aktiven Spritzer, Jersey wieder hier. Freunde, wir spielen mit Ihrem Bruder Andi Raft. Gestern kam die Vollversion des Spiels raus und wir werden auf jeden Fall die Story durchspielen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Freunde, ihr könnt mir auch alle gerne auf Instagram folgen. Kommt alle in den Discord-Channel rein, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, lasst ein paar Kommentare da, ein paar Likes. Wir sehen uns dann im Spiel, ich werde jetzt die Welt hosten. So Freunde, let's go! Ehrenbruder Andi und ich sind auf der Welt. Wir haben hier nur ein kleines, einen kleinen Floß. Leider. Da hinten ist schon eine große Kiste. Oh, Ehrenbruder, hi. Ja, gib mir halt einen Hit. Ist der High-Gag da? Ja, ja. Ich bin aber ins Wasser gesprungen, weil ich diese Kiste haben wollte, Bruder, deswegen. Sehr gut, warte, ich bin jetzt in der Sekunde auch drin. Ja, alles gut. Schon mal zwei Hits bekommen, schon fast tot. Das ist ein bester Start, einfach schon tot. Okay, Digga, ich muss da voll reinkommen, weil da... Ich war letztens mal kurz drin. Äh, jetzt nicht mit einem neuen Update, da ist schon ein bisschen was hermisch drin, aber... Ich war einfach mal drin. Ja, das wird ein cooles Game, denke ich. Das ist eigentlich, hat es ja immer Spaß gemacht. Ja. Mit Jonas. Ja. Wir hätten ja natürlich auch mit Ehrenbruder Jay gespielt, aber Ehrenbruder Jay hat das Game nicht. Deswegen werden wir einfach zu zweit spielen. Und vielleicht machen wir irgendwann ja mal eine zweite Staffel, wo wir noch ein, zwei Freunde mehr mitnehmen. Ah, da ist er. Da ist er beigetreten. Ahoi, Matrose. Hallo. Was sagst du? Warum ist das so nah ran gesucht? Was sagst du zu meinem... Was sagst du zu unserem coolen Schiff? Das ist ein sehr cooles Schiff. Das ist krass, gell? Mhm. So. Als allererstes ist es ja, glaube ich, wichtig, dass wir uns equipen. Wir brauchen ein Schiff. Wir brauchen Nahrung. Wir müssen gucken, dass wir uns ertrinken. Warum schießt mein Ding nicht richtig? Managen. Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Der war gerade am rumbrunnen. Warum kann ich kein Seil? Dann könnte ich nur einen Knoten binden. Und was brauche ich denn, um ein Seil herzustellen, Leute? Äh, diese Blätter da. Ah. Das weiß ich nicht. Sehr schön. Ich muss da erst wieder... Ich muss auch treffen. ...reinfuchsen. Ja, danke, Bruder. Aim ist nur in Portnoy da. Sehr gut. Was brauchen wir denn? Einen Bauhammer, ne? Ja. Einen Bauhammer habe ich direkt gemacht. Sehr gut. Dann baue ich hier mal... Gleich ja, wenn einer einen Hammer hat. ...unser Schiff hier mal ein bisschen größer. Da hinten kommt auf jeden Fall ein Fass. Das neck ich mir noch. Ja, Bruder. Snack ist hier. Ich finde, die Grafik ist besser geworden, oder? Ja, hier sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht echt entspannt aus. Ich sehe gerade aber, wir müssen die Toneinstellung ein bisschen höher machen. Ihr hört ja kaum Ton vom Spiel. Ihr hört einfach nur... Ich höre gar nichts. Ich höre nur Wasser. Genau, die entspannte Musik machen wir ein bisschen lauter. So, Freunde. Tut mir leid. Und schon haben wir die ersten fünf Minuten verkackt. Weil wir einfach keinen Ton haben. Da hinten ist die erste Insel, ne? Ja. Aber wir können ja eh nicht da hinten... Wir könnten unter einem Stein jetzt aus dem Fass bekommen eine Axt machen. Wir brauchen nur drei Steine. Eine Steinachse? Kannst du hier nach links bauen? Da ist so ein komisches Ding. Äh, ich hab ein Nichtsbaum zu bauen. Wir müssen... Wir müssen erst sammeln, Bro. Oh, ich krieg's. Na, unbekannt. Ich krieg's. Was? Wie knapp? Gut. Jetzt... Ach, bist du schon reingesprungen? Ich gehe hoch. Ja. Ach, ach so. Ja, ja. Scheiß drauf an. Gehe ich die Kiste holen. Er kommt denn nicht wieder hoch. Er kommt. Ja, alles gut. Ups, ausgetrickst, mein Freund. Hm? Bro-Spieler hier. Ah, den nehm ich noch mit. Ey. Ja, scheiß drauf, Mann. Nicht sterben, wenn du stirbst, kann ich dich nicht wiederbleiben. Ja, das ist entspannt, Bruder. So. Was wollt... Was wollt... Was willst du craften? Eine Steinachse. Eine Steinachse? Nee, da fehlen noch sehr viele Steine, Bruder. Ich brauch noch zwei Steine. Ich hab bloß einen. Unten gibt es der Steine, aber ähnliches. Ja, wir können ja ganz kurz irgendwie gucken, dass wir dann... Wir müssen nur Richtung Insel ein bisschen steuern. Weil wir... Warte mal, was gibt's denn? Hier so zum Craften. La 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 la. Ein Paddel. Da könnten wir eigentlich sein. Um mit dem Paddel dann auch wieder rauszufallen. Mit dem Paddel brauchen wir noch ein bisschen Kunststoff, Bruder. Ja, ich brauch noch drei Stück. Und wir müssen, wie gesagt, gucken, dass wir als allererstes Nahrung und Trinken organisieren. Was ist denn da los? Hey, du Ossi. Ich hab leider noch keinen Speer. Also ich geh gleich schnell auf die Insel. Kannst du gerne machen. Ich steuere auf die Insel auf jeden Fall. Hast du ein Paddel oder was? Warte. Wo ist denn das? Ich such dir jetzt etwas. Seil hier. Wo ist denn Paddel, hä? Wo ist dich ja, Alter. Ja, dann bleib ich hier auf dem Schiff, oder? Und sammle hier noch ein bisschen Ressourcen ein, nebenbei. Also ich geb dir mal das Paddel, weil du willst ja auf dem Schiff bleiben, ne? Ich kann hier gerne bleiben. Weil dann, wenn das weggeht, dann machst du das immer meine Richtung. Ja, mach ich. Hier kurz die Sachen, Wassermelonen, ganz wichtig, ganz wichtig. Sehr wichtig. Aber alles mit dem, was hier ist. Oh, ich bin schon da jetzt runtergeflogen. Und der hat sich vielleicht gehtet, was soll das? Drecksack. Kann man das Lichtshade ändern? Das ist irgendwie voll nah reingesucht, finde ich. Sonst komisch. Aber egal. Ähm. Kannst du den bisschen ab... Oh, Steine, guck. Hier gibt es keine Steine. Ja, nimm sie ruhig mit. Ich nehme mal jetzt am Anfang viele Steine mit. Ich glaube, das ist ganz nice, wenn man mit Steinen hat. Ich versuche hier auf der Insel zu planen. Ich muss halt alle zwei Sekunden paddeln. Okay. Moin. Was suchst du denn da? Andi? Hier, hinter dir. Warum redest du nicht mehr? Was macht denn das? Hä? Okay, der Mann ist gerade lost, habe ich das Gefühl. Irgendwas... Er redet nicht mehr. So. Du kennst doch die Probleme. Ah, okay. Du musst dich nur ein bisschen sputen. Ein Paddel ist gleich kaputt. Oh. Ich brauche... Hast du eine Planke oder so für mich? Für? Äh, eine Axt. Ich habe die ganze Zeit nichts sammeln können, Bruder. Eine Planke brauche ich. Hast du keine? Ähm. Ich habe sie rausgeschmissen. Sie ist unterm Wasser hier. Vor dir. Muss halt tauchen jetzt kurz. Müsste eigentlich hier gleich liegen vorm Stein. Hast du es? Nein, ist doch nicht. Hier vorne, wo ich mit meinem Paddel bin, da habe ich es runtergeschmissen. Ist es weg? Super. Und schon sind die Planken weg. Cool. Fängt schon gut an. Ja, dann komm halt wieder drauf. Das Ding ist kaputt. Das hält nur noch zwei Paddeldinger aus. Dann ist dann so. Ich würde aber wieder gerne in die Mitte. Ja, Paddel kaputt. Egal, wir sind so gut. Vielleicht kann ich auch eine herstellen. Nein, ich habe keine Planken mehr. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße, Mann. In der Nordsee. Ich treffe beide nicht. Bist du. Sehr gut, hört mich. Ja, ich würde gerne irgendwie mehr in die Mitte. Ähm. Warte. Wo ist das? Na, okay. Jetzt kommt auch hier Lootpost, denke ich. Mhm. Ich habe langsam Durst. Ja. Ja. Und wir sammeln das ganze Zeug. Weißt du noch, als wir mal gespielt haben, diese Wildschweine, Alter. Einfach OP. Weißt du noch, die Bären. Die Bären, die waren auch eklig, Mann. Oh, ich fahre die ganze Zeit runter. Ich brauche einen Speer. Ich hole mir diesen Scheiß. Den Scheißfass. Du machst das. Wichtig. Ein Fass ist immer wichtig, Mann. Ich sehe noch keinen Heil. Deswegen mache ich einfach hier ein bisschen Breakdance. Ich bin in der Insel geblieben. So. Jetzt mache ich nochmal kurz den Paddel. Und dann gehen wir mehr in die Mitte, oder? Jetzt ist der Looter eher rechts. Gut, dann gehen wir halt nach rechts. Jetzt gebe ich wenig Loot. So. Noch ein Stückchen, oder? Okay, so sollte es passen. So passt das doch. Na, dann macht es halt langsam. Hast du schon einen Speer, oder? Ui. Irgendwann ist der dann auch zu uns der Lipps. So, ein Holzspeer. Da brauche ich noch seine, habe ich. Dann brauche ich noch drei Planken. Dann können wir ihn wegsperren, Alter. Na, perfekt. Ja, da haben wir auch Ruhe, erst mal alles. Ja, ja. Wie kann man sich hier was zu trinken machen? Mit diesem Kocher da und dann so Becher machen. Okay. Ich habe eine Wassermelmonare zur Not. Unter anderem was. Ah, okay. Geben die auch ein bisschen trinken. Ja, ja. Das hört sich gut an. Aber, jetzt wegen diesem Reiniger, da brauche ich noch Palmblätter auf jeden Fall. Ja. Dunkel. Es wird langsam dunkel. Schöne Sonnenuntergang. Sieht eigentlich schon heiß aus. Ja. Eine Möwe habe ich gar nicht gehört. Aber je immer mal dunkel ist es auf einmal, oh jo. Ja, es wird gerade sehr dunkel. Ja. Ja, auf einmal trifft man nicht mehr. Ein Glück verloren, hm? Ich sehe nichts. Also Mensch, ein Wurfanker ist dann auch langsam down, Alter. Ja, was kostet das eigentlich, einen neuen zu machen, wenn... Ich glaube, nicht viel. Nicht viel. Eine Planke, zwei Grundstoffe. Das gilt. Und was auch, glaube ich, immer gut ist, ist das Angemon. Hm? Angeln, das ist, glaube ich, auch immer gut. Ja, ja, wahrscheinlich schon. So, Bruder. Ich tue mir jetzt erstmal nochmal einen Plastikhaken machen. Dann nehme ich den Hammer wieder und mache hier mal ein paar Böden noch, oder? Mach mal ein bisschen Platz, Mann. Dass wir hier ein bisschen weiter nach... Okay, fertig. Ich konnte nur zwei machen, weil ich keinen Kunststoff mehr habe. Ich dachte, der kommt jetzt richtig krass aus. Ja, der Loot... Äh... Der ist irgendwie verschwunden. Aber es ist schön, Mann. Ja, guck mal, da sind vier Fässer oder so. Ja, das ist sexy. Aber es sieht schon geil aus, mal auch mit dem Mond so. Schön im Dunkeln hier mal ein bisschen... Ich habe Durst, Bruder. Kannst du mir eine Melone geben? Ein Matze? Ähm... Danke dir, mein Freund. Ja, das passt, das passt, das passt, das passt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dann demnächst wirklich... Das Zeug schnell kriegen. So, hier ist eine schöne Kiste. Ich brauche mehr Kunststoff, Freunde. Ich habe einen Reiniger gemacht. Jetzt mache ich vielleicht noch Tassen. Und dann können wir trinken, auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht, Mann. Okay, das ist gut, mein Freund. Das ist sehr gut, sogar. Das ist fast. Gruschte dich. Ah, meins. Oh, zwei Steine. So, ich habe ein Boot noch ein bisschen größer gemacht. Ich mache das jetzt erstmal in die Mitte. Ja, mach ruhig. Jetzt beißt du da halt das noch ab. Ja, ich habe mir auch einen Sperr gemacht. Du kannst, mach dir mal ein Ding, eine Tasse. Eine eigene. Ja, werde ich dann sofort gucken, gleich. Kostet vier Kunststoff. Ja, ich muss Kunststoff sammeln, Bruder. Ich bin leider... Ey, ich bin leider... Wir sind halt leider auf dem Fluss wach geworden. Haben natürlich nichts gehabt, außer unsere Klamotten. Hm, woher haben wir aber den Plastikhaken? Den haben wir uns selber gecraftet im Schlaf. Ach so? Ja. Da kam einfach ein Wasserhai und hat uns einfach so einen Haken gegeben. Und seitdem verflucht er uns? Ja, er will sein scheiß Ding zurückhaben, seinen Haken. Gebt mir den Haken. Und das ist nicht kaputt. Es tut mir leid, halt. Das Trinken fährt sich. Ja, das dauert lange, man. Ich glaube, wenn wir so eine schöne Organisation haben, wenn wir so sagen, jo, wir müssen ja auch, wenn wir auf Insel reisen gehen, ja sehr viel Essen und Trinken dabei haben, ne? Ja, das heißt, es wird die ersten zwei Stunden werden wahrscheinlich nur hier craften, sammeln und chillen. Ja, das stimmt. Und vielleicht noch die eine oder andere. Ach so, Tjala. Ich bin ihm sogar noch gefolgt. Komm nicht mal hoch. Ja. Sehr nice. So, ich kann mir eine Tasse herstellen. Sehr gut, da ist auch noch schon was ready, aber immer auf, wenn wir müssen. Ja, natürlich, Bruder. Hä? Süßwasser mit Süßwasser füllen. Ah, das kann man jetzt trinken. Ah. So geht das halt so. Okay, okay, okay. Ich hab noch... Kannst du jetzt erforschen, Antoni. Cool. Ich hab mir mal ein paar Zwiebeln reingepfiffen, Alter, damit der Mundgeruch heute Abend, wenn wir schlafen gehen, sehr stabil sein wird. Dankeschön. Kein Problem, Bruder. Ich bin nicht glücklich, wenn du an dich denkst. Ich werd dann ein bisschen in deine Nase reinpusten. Dankeschön. Mhm. Ich trink mich jetzt voll. Dann trink dich mal voll, Bruder. Aber nicht gröbsten, Alter. Weil ich... Was ist denn das? Auf einmal Welle, oder was? Was? Jetzt kommt gleich Tsunami auf einmal. Glaubst du, die haben auch sowas Neues reingemacht mit Regen und so? Das wär schon sick. Regen? Gab's doch schon immer. Gab's? Gab es schon? Weiß ich nicht. Ja, okay, ich glaub nicht. Hat nie geregnet. Ja, aber cool, so Regen. Dann geht Dinge auf einmal los und so. Und Gewitter oder sowas. Ja, auf einmal brennt ganzes Fluss. Ja, so krass jetzt nicht. Einfach so ganz entspanntes Gewitter. Ohne, dass jetzt das Fluss abbrennt. Ja, nur so schöne Donnergeräusche. Ne, irgendwie. Sehr gut. Schmeckt. Schmeckt. Schöne, frohe Kartoffel rein jetzt. Ich kann die gleich machen. War es zum Grill, oder was? Kann man das Zeug auch wieder abbauen und woanders hinstellen? Das ist auch eine sehr gute Frage, ne? Digga, ich hab so wenig Kunststoff. Ich würd gerne das Schiff ein bisschen breiter machen. Aber Kunststoff sagt nö. Okay. Sehr gut, Bruder. Schwanz. Spiel mit deinem Schloss. Und zeig gemütlich. Wir haben die ganze Nacht. Wie schnell fällt. Wir haben die ganze Nacht durchgeackert, Alter. So muss das. Ich hab neun Schrott. Ist das viel? Weiß ich nicht, Bruder. Weiß ja nicht, was es so für neun Stuff und sowas gibt. Ich mach nen Grill. Ey, diese Wellen. Gib mir mein Zeug. Ich spüle die Wellen gerade, echt. Oh, der Hei kommt. Der ist direkt gekommen, Bruder. Der hat dich gesehen. Der ist direkt reingesprungen. Der war einfach direkt da. Ja. Reparieren wir es mal. Was soll ich reparieren? Achso. Den Boden. Den Boden. Wie funktioniert denn das? Rechtskrieg, glaub ich. Den kannst du da ausnehmen. Holzdach. Ah, hier. Ich hab wieder Hunger. Das geht nicht. Wie geht denn das? Ist doch ganz. Achso, ist das jetzt schon ganz. Okay. Du musst was essen, essen, essen. Wann bist du fähig? Kartoffeln. Kartoffeln. Warum ist das noch nicht fertig? Ey, Freunde, gebt uns doch mal mehr Loot. Was denn das hier? Ui. Essen. Ich hab sieben Kunststoff. Immer auf den Laugenbrüchen. Oh, schön die Kartoffeln machen, hm? Ne, muss. Wie viel kam da? Das war so eine Welle auf einmal. Komm, das war süß. Ich dachte, ich hab ne Insel gesucht. Ne Insel? Da war, glaub ich, nur Dreck auf meinem Monitor. Okay. Holy shit. Wann wurde denn der Monitor das letzte Mal gereinigt, Alter? Gar nicht. Sehr gut. War so klar, man hat gesehen das jetzt. Ja, ja, Mann. Hä? Wie tief bin ich? Komm nicht mehr hoch. So. Hier ist nochmal ein schöner Fass. Ich muss da halt gleich den gleich anhalten. Das ist halt so. Wir brauchen unbedingt ne Insel wieder. Ich hab Hunger. Da vorne ist eine. Sehr geil. Und ein kaputtes Floß, wie es aussieht. Sollen wir dann irgendwie... Äh, ein Anker, gell? Anker, ja. Können wir das schon craften, Alter? Stimmt, ein Wurfanker, ja. Nice. Also fast, ich brauch zwei Weile. Ja, wäre wichtig jetzt, denk ich, oder? Dass wir da mal kurz auf die Insel entspannen können. Lass gucken, wie die Insel ist. Ja, einer muss eh drauf. Wir brauchen Nahrung. Ja, ich hab ne Axt. Kann ich machen. Soll ich machen? Wie du willst, Mann. Dann kann ich keinen Anker machen, denk ich. Ja, ich kann auch ne Axt craften. Ja. Ja, ich hab eine gecraftet. Dann mach ich den Anker gleich. Ja. Nee, das ist ne Insel. Kein kaputtes Floß. Er sammelt blaue Blumen an. Ich hab die eingesammelt. Ich hab alles eingesammelt, was da war im Fumum. Einfach der Blumenbastler, hm? Hier ist voll für Scheiße. Möchtest du deiner, möchtest du, möchtest du, möchtest du jemandem Blumen schenken? Ja, dir. Schau mal hinter dir. Oh, geil. Danke, Mann. Alles aber nur um Praketen. Das Spiel ist zwar voll, was ich mitkommen, aber auf einmal, äh, ist Ton irgendwie, wirt. Wer ist denn mein Blumen? Wo ist der Hai? Oh, hast du noch irgendwas zu essen, Mann? Nein. Ich bin am verhungern. Alles gut. Hast du nicht noch irgendwie eine Kartoffel oder irgendwas? Nein, wir sind echt da. Ich werde das erste Mal umkippen. Ich hab irgendwie gerade so Tonlecks, Alter. Das hört sich voll komisch an. Ich pack mich drum. Ach, jetzt sind die Blumen weg. Ich mach das Untergewicht. Wurfanker einfach auf einseiten. Ich werde dann anfangen. Wir müssen dann jetzt noch ein bisschen höher machen. Du musst halt nur überlegen, wo du es dann hinschmeißen willst, ne? Wollen wir jetzt? Die Insel ist halt da vorne. Wir könnten den Anker sch... Ah, hast du schon geworfen? Mhm. Das erste Essen, was du findest, Bruder, brauche ich sofort. Ich bin gleich down. Der hatte... Oha. Der hatte nicht mal keinen Bock zu schwimmen, Alter. Hier ist nichts. 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 Hier, Wassermelone. Ich kann nicht springen. Der ist down. Ich meinst, du kannst... Ich glaub sie dir. Okay, danke dir. Holy shit, Mann. Du bist ein Ehrenmann. Was? Hier oben ist ein Baum. Den kannst du abbauen. Ja. Wenn ich... Sobald es wieder aufgeladen ist, dass ich schneller laufen kann. Gerne, Bruder. Ich liebe dich. Der ganze Loot in der Insel. Oh, ich hab so viel Hunger. Ich würd sagen, wir können auch unter Wasser vielleicht Versteinen, dass wir überhaupt dann nicht fliegen. Oh, es regnet. Ja. Ja. Cool. Das gab's schon immer. Oh, klar. Aber die Insel ist Müll, Alter. Ich hab immer noch Hunger und wir haben nichts zu essen gefunden. Doch, ich hab noch was. Ich hab noch eine Wassermelone und andere. Ja, aber du brauchst auch was zu essen, oder? Gar nicht. Also fast. Das gleiche. Das ist blöd, Alter. Wo ist der Hai? Ich töte den gleich. Lass den Hai töten. Nur witz. Er kommt noch nicht, ne? Kommt nicht. Wo kommt der nicht? Jetzt dreht er sich vor allem um. Ich weiß es schon. Er kommt nicht. Ich bin im Wasser. Ah, jetzt kommt er. Sehr. Jetzt spiel ich schon. Nimm an. Jetzt ist er weg. Ich muss was essen. Hm, wir müssen weiter, Bruder. Oh, was ist das? Ja, ich brauch Essen. Auf der Insel gibt's doch nichts. Nicht, aber wenn ich viel geklappt habe. Ich glaub noch. Wir spielen auf Normal, Bruder. Ich weiß. Ich glaub, der Hai braucht ein bisschen länger. So, dann gehen wir weiter, oder? Ich glaub, wir kommen hier nicht weg. Paddeln brauchen wir. Ich hab einen. Ich hab einen. Aber... Ich hab doch vorher noch mal eine getrafted. Wir kommen hier nicht mehr weg, Mann. Oh. Jetzt musst du hier durch die kleine Lücke verflogen. Ja, dicker, Alter. Du musst kappen, oder? Die ist so lange auf dir. Kannst du auch eine Paddel machen, vielleicht? Zu zweit ist es, glaub ich, besser, als wenn nur einer. Vielleicht muss gucken. Bam. Weil meine Geschwindigkeit ist wie eine tote Maus. Ich bin tot fast. Ich hab nichts zu essen, Alter. Und wir haben nicht mal ein Bett. Wo soll ich respawn? Und? Geht's weiter? Ja. Endlich, Alter. Gibt's da nicht manchmal auch irgendwie Kartoffeln in den Kisten? Ja. Ich hab bisher keine einzige bekommen. Nicht so. Jetzt hab ich auch Hunger. Kannst du eine Angel kraften? Ne. Oder? Ja, doch. Das war eigentlich nur, oder? Ja, ein Angel. Das sind drei einzige Gerätchen jetzt nur. Ich hab keinen Köder. Wie soll ich denn da was angeln? Du brauchst den Füder. Oh, ich hab einen Rotbarsch. Ja, direkt aufs Ding. Mach direkt aufs Ding. Ja, ein Moment. Und... Ich hoffe, der ist nicht zu groß. Regen, Hunger, Dorn, Frank. Vielleicht einfach auch Dinge, weil man einfach so ein kleines Anbau fängt. Ja, ich weiß, ich weiß, Bruder. Das ist ja... Das wollte ich sagen. Wir müssen uns am Anfang... Erster... Äh... ...ein Krippen. Definitiv. Das ist ein kaputtes Führer. Vielen Dank.